Und da ist momentan kein Führerscheinabfahrt, so ist man immer mit ihm, deswegen wird das gut passen. Nadiem Amiri, du hast die Qual der Wahl. Von welchem Mitspieler würdest du dir gerne einmal den linken Fuß leihen? Von meinem Freund Kerem Demirbay. Welcher Mitspieler hat in FIFA eine Chance gegen dich? Mitchell Weiser oder Lukas Radecki? Keiner. Warum? Weil ich der Beste bin in FIFA. Für deine nächste Geburtstagsfeier suchst du noch einen Türsteher aus der Mannschaft. Wen wählst du aus? Jonathan Tah. Jona, Paulinho, Drago oder Eddy? Jonathan. Mach dir das gut als Türsteher? Bestimmt. Du dürfst deine eigene Fernsehshow produzieren. Wen würdest du als Moderator nehmen? Sven, Lukas Radecki, Kerem oder Leon? Sven Bender. Was hat er als Moderator für Fähigkeiten? Kann gut sprechen. Von welchem Teamkollegen kannst du dir mal ein paar coole Dance-Moves abschauen? Paulinho, Wendell, Jeremy Frimpong oder Edmond Tabsoa? Wendell. Kannst du am besten? Am lustigsten. Du darfst aussuchen, wer im Sommer im Brian DeLine Kostüm performen muss. Wer darf sich aufs Schwitzen freuen? Jeremy, Wendell, Drago oder Karim? Jeremy Frimpong. Warum? Ich glaube, der spielt die Rolle gut. Welchen Verteidiger lässt du im Training am häufigsten aussteigen? Tinjona, Tin, Mitch oder Derry? Ich kann mich nicht mal an Zweikämpfe mit den Beinen im Training erinnern. Also keine Ahnung. Also machst du alle frisch? An guten Tagen, ja. Von wem würdest du dich am liebsten eine Woche lang einkleiden lassen? Julian Baumgartlingers, Wendell, Tinjetwey oder Lukas Radetzky? Tinjetwey. Hat der den besten Style? Nein, aber von den vier würde ich den nehmen. Der am lustigsten? Ja, ich glaube, der Style würde ein bisschen mehr zu mir passen. Lukas Radetzky fordert dich und einen Mitspieler zu einer Freistoß-Challenge heraus. Wen stellst du dir zur Seite, um Lukas und Pawele in den Winkel zu knallen? Leon, Flo, Karim oder Kerem? Kerem. Den besten Fuß? Ja. Es ist Karaoke-Abend. Wer sollte auf keinen Fall die Song-Auswahl für dich treffen? Lars Bender, Lukas Alario, Leon Bailey oder Julian Baumgartlinger? Lars Bender. Warum? Ich glaube, Lars hat bestimmt auch gute Musik, aber er ist halt eine andere Generation wie zum Beispiel Leon Bailey. Der hat auch Metal und so, ne? Keine Ahnung, ich glaube, ja. Mit wem bildest du das perfekte Karaoke-Team? Damaray Gray, Karim Demirbay, Musa Diaby oder Jonathan Tah? Jonathan Tah. Ihr singt gut zusammen? Ja. Habt ihr schon mal zusammen gesungen? Nein. Im Training müsst ihr als Duo die beste Zeit beim 100-Meter-Sprint hinlegen. Wer ist dein Roadrunner-Partner? Damaray Gray, Musa Diaby, Jeremy Frimpong oder Leon Bailey? Musa. Musa ist der Schnellste? Stell dir vor, du gehst wieder zur Schule. Bei wem würdest du abschreiben? Lars, Lukas, Flo oder Lennart? Beim Lars. Wer ist Streber? Ich glaube, der weiß es am besten. Durch eine gewonnene Wette muss ein Mitspieler dich bekochen. Wer darf dir ein leckeres Abendessen auf den Tisch zaubern? Silvenda, Santiago Arias, Jonathan Tah oder Alex Dragovic? Jonathan Tah. Schon wieder, ja? Macht der so gut? Ja. Fufu. Hat der schon mal gegessen? Noch nicht gegessen, aber ich warte darauf. Als Adrenalinkick möchtest du gerne einen Fallschirmsprung machen. Wer begleitet dich? Musa Diaby, Wendell und Tabsoba oder Flo Wils? Wendell. Warum? Ich glaube, mit Wendell wäre es am lustigsten. Wen nimmst du mit zu einem Konzert von einem deiner Lieblingskünstler? Yona, Damaray Gray, Timothy Fosumenza oder Mitchell Weiser? Yona Tanta. Ja. Ja, mit dem hast du viel gemeinsam, ne? Weil es war einer meiner besten Buddyführers. Habt ihr einen Lieblingskünstler? Gemeinsam? Ne, aber wir hören die gleiche Musik und wir kennen uns ja schon sehr sehr lange. Wer dürfte all deine WhatsApp Nachrichten lesen? Karim, Lukas, Leon oder Wendell? Karim. Dir vertraust du? Ja. Dürftest du auch seine lesen? Bestimmt. Okay. Wen würdest du zu einem Abendessen bei deiner Familie nehmen? Musa Diaby, Jeremy Frimpong, Flo Wirtz oder Leon Belli? Musa. Würden dich deine Eltern freuen? Ja. Durch deine Autopanne stehst du am Seitenstreifen, musst aber schnell zum Training. Wen rufst du an, wenn du eine Panne hast? Alexander Dragovic, Lars Bender, Lukas Radetzky oder Julian Baumgartlinger? Alexander Dragovic. Kennt der sich mit Autos aus? Ja, aber der wohnt auch bei mir, also genau gegenüber von mir. Und da ich momentan keinen Führerstand abfahre, war ich sowieso immer mit ihm, deswegen wird das gut passen. Okay. Du darfst das erste Mal nach Corona wieder in ein Restaurant. Wer darf dich begleiten? Karim, Keren, Jonathan oder Leon? Oh, schwierig. Alle. Alle vier? Alle von ihnen, ja. Und wird dir die Qual der Weile gefallen? Ja. Okay, vielen Dank. Super.